Molitor 2012, alte Reben und 2014 der Städtner Heder von Karl Heitle. Und das probiere ich jetzt gleich bei 200 km aufzumachen, zu probieren. Das ist die Mission. Jammas Leute, heute vom Hockenheim Ringlein. Von der Nordschleife, ja? Ihr merkt, ich kenne mich gut aus. Und du fährst die Karre hier, was ist denn das für eine Karre? Wir haben hier heute mitgebracht ein Porsche Cayman GT4, ist ein typisches Mittelmotorkonzept. Heck angetrieben, 6-Gang-Handschaltung, 3,8 Liter Hubraum und das Fahrzeug ist genau hier auf der Nordschleife entwickelt worden. Aber so schnell fährt das nicht, oder doch? Ja, es kommt drauf an. Es rät schnell, tu nicht so. Was für einen Drehmoment hat die Karre hier? 400 Nm ungefähr, 54 Nm. Flasche 1 auf! Oh, der Schluck war noch nicht da! Nummer 1! Safe! Spitzig, so wie die Fahrt hier! Es gibt doch irgendwie keine langsame Ecke hier! Alles ist so schnell! Verdammt nochmal! Jetzt fische ich die zweite raus! Die Challenge, die gehört mir! Oh mein Gott! Oh! Hehehe! Scheiße! Ich komm hier nicht zum Saufen, Junge! Hehehe! Scheiße! Verdammt! Ich trinke jetzt einen richtigen Schluck, das Ding hole ich mir! Die gerade Strecke! Also jetzt im Abkommen! Runde durch! Haha! You did it! Wuhu! Junge, danke für den Ride! Ja, ja, bitte, bitte! Hip-Hop, Leute! Du brauchst ne Weinempfehlung? www.asktoni.de